Moin! Moin! Wir stellen euch vor Fruit Picking von Korea Board Games. Das Spiel ist ein Set Collection Spiel mit Mangala Mechanismus und mein Spielfeld ist schon aufgebaut und Benni zeigt euch, wie einfach das geht. Genau, ich habe hier diese kleinen Obstplättchen, die ich hier in die Rundenvertiefung reinlege. Wir haben eine Runde Vertiefung, in der schon ein Haus abgebildet ist. Das wird niemals zugedeckt. Die anderen sechs Vertiefungen werden befüllt mit den fünf Früchten und dem einen Symbol für Regentropfen. Genau, und außerdem darf man am Anfang ausgehend von seinem Dorf in die ersten drei Felder schon mal zwei Samen reinlegen. Ich hatte ja erwähnt, das ist ein Set Collection. Es geht nämlich darum, diese Karten zu sammeln. Da sind verschiedene Früchte drauf. Das sind genau die gleichen Fruchtabbildungen wie die, die wir hier bei uns in diesem Feld sehen. Es gibt da natürlich auch eine Korrelation. Und das Spiel ist ein Wettrennen. Es hat nämlich sofort derjenige gewonnen, der entweder fünf verschiedene Früchte gesammelt hat oder drei Pärchen oder ein Full House oder drei gleiche. Die Siegbedingungen sind hier auf diesem Plan abgebildet. So zur Erinnerung. Man muss da also nicht nochmal irgendwie grob in die Regeln gucken. Es sieht immer jeder, worum es tatsächlich geht. Genau. Wunderschön dargestellt finde ich die Sachen. Das möchte ich einmal erwähnen. Denn man muss wirklich überhaupt nichts lesen, wenn man die Anleitung einmal drin hat. Ja. Wir können Karten kaufen aus dieser Auslage und die Karten kosten immer genauso viel, wie Früchte abgebildet sind. Das heißt, diese Karte kostet zwei Bananen, also zwei Samen, plus die Anzahl an Samen, die gegebenenfalls hier abgebildet ist, also an dieser Stelle plus null. Also diese kostet zwei Samen. Hier sind es auch zwei Früchte, die würde also zwei Samen plus, hier ist noch eine abgebildet, also drei Samen kosten. Hier ist eine Ananas, die kostet in der Grundausstattung halt einen Samen, aber weil sie gerade an dieser Stelle ist, plus zwei, also auch drei Samen. Und diese Birne würde eins plus drei sind vier Samen kosten. Genau. Frage ist jetzt, wie kommen wir an die Samen? Wir haben hier zwar schon sechs vereinsamte Samen rumliegen, ihr als aufmerksame Zuschauerinnen seht aber schon, wir haben hier noch mehr davon. Das ist unser Vorrat. Genau. Wie bekommen wir die jetzt aufs Board? Wenn ich dran bin, darf ich mir eins meiner Felder aussuchen, auf dem schon Samen liegen. Alle davon nehmen, und hier kommen wir zum Mankala-Mechanismus, nehme alle Samen und verteile sie im Uhrzeigersinn und hinterlasse dabei auf jedem Feld, das ich passiere, einen Samen. Das letzte Feld, auf dem ich ankomme, das ist meine sogenannte aktive Farm. Das ist bei mir in dem Fall jetzt die Bananenfarm und ich entscheide mich jetzt dafür, die Bananenfarm zu bewässern. Was passiert dann? Ich zähle die Früchte, die auf dieser Farm abgebildet sind, in dem Fall zwei, und hole aus meinem Vorrat zwei Samen und lege sie dazu. Das ist korrekt. Das machen wir eine ganze Zeit lang und irgendwann wird es dazu führen, dass hier auf unserem Gebäude ebenfalls Samen zu liegen kommen. Und das sind tatsächlich die einzigen Samen, mit denen man auch diese Früchte kaufen kann. Das ist aber noch nicht alles. Ich müsste außerdem, um diese Früchte kaufen zu können, in meinem Zug mit der Mankala-Aktion auf der entsprechenden Fruchtfarmplättchen enden. Ich könnte jetzt also hier zum Beispiel sagen, ich habe hier drei Samen drin und hinterlasse eins hier, eins hier, eins hier. Dann ende ich auf den Bananen und weil ich auf den Bananen ende, darf ich eine Bananenkarte aus der Auslage kaufen. Dafür brauche ich die Samen, die im Dorf liegen. Da habe ich genug. Das kostet zwei Samen und ich habe hier drei liegen. Das heißt, ich gebe also auch wirklich zwei Samen ab, um diese Bananen zu kaufen. Zusätzlich sind aber auch alle Samen von meiner Bananenfruchtfarm weg, egal wie viele da gelegen haben. Also selbst wenn man da fünf Stück oder so angehäuft hat, alle gehen mit zurück in den Vorrat und müssen dann entsprechend neu wieder ins Spiel gebracht werden. Und das ist tatsächlich etwas, was man leicht vergisst. Das ist mir ab und zu passiert, dass ich über viele Runden gedacht habe, ah, dann mache ich so, so, so und am Schluss komme ich bei der Banane raus. Und dann liegen da zu dem Zeichen schon fünf Samen und man denkt sich, hm, der Zug hat gerade gar nicht mehr so den großartigen Wert, weil ich schmeiße einen Haufen Samen weg, die ich eigentlich schon auf meinem Tableau hätte. Ja, genau. Sofort nachdem eine Karte gekauft wurde, rutschen alle Karten natürlich auf, damit sie günstiger werden. Es wird eine neue Karte aufgedeckt. Es gibt noch eine weitere Kleinigkeit. Sollte man in seinem Zug auf dem Dorf enden, hat man sofort noch einen Anschlusszug. Und kleiner Pro-Tipp von mir, wenn man die Samen so anordnet, dass man mit egal welchem Zug auf jeden Fall immer nur auf dieser Farm endet, das ist so das Schlechteste, was man machen kann. Denn dann hat man nur noch die Wahl, sein komplettes Dorf abzuräumen und alle Samen, die man da über Runden hin aufgebaut hat, wieder einmal komplett auf das Spielfeld zu verteilen. Das ist mir tatsächlich passiert und ich habe in den Tisch gebissen. Ja, sehr trauriger, aber auch sehr seltener Fall. Von daher vermeidet ihn und das ist aber nicht so schwierig. Das kriegt ihr hin. Genau. Die Spielregel sagt, man hat zwei verschiedene Möglichkeiten des Setups. Nämlich das eine Setup ist, jeder hat an jeder Stelle exakt die gleiche Frucht liegen. Wir haben ja auch die gleichen Karten. Und das alternative Setup ist, man ordnet das eben zufällig an. Genau. Und ich glaube auch beides sehr, sehr spielenswert. Denn natürlich höhere Vergleichbarkeit, wenn man es gleich macht, wenn es verschieden liegt. Es ist dadurch, dass diese Früchte im Kauf auch günstiger sind, eine lustige Relation. Denn die produzieren weniger, wenn man sie bewässert, aber sie kosten weniger, wenn man sie kauft, weil weniger darauf abgebildet sind. Ich habe das Gefühl, das macht schon einen netten Unterschied. Und ja, ich kann das vorstellen... Ja, es ist auf jeden Fall ganz interessant gebalanced. Ich habe es noch nicht einmal geschafft zu gewinnen, noch nicht mal annähern. Aber ich finde es auf jeden Fall relativ cool. Und Spielmaterial ist drin für zwei bis vier Spieler. Das war Fruit Picking von Korea Board Games. Steht übrigens auf der Schachtel. Kann man auch alleine spielen. Soloregeln habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. Dauert so 15 bis 30 Minuten. Das kann ich so bestätigen. Und ist theoretisch ab acht Jahren. Und auch da würde ich sagen, Spielerkinder können das schon viel, viel früher. Jawohl. Wunderbare Gestaltung. Das Spiel etabliert sich selbst wunderbar. Sprich, die Anleitung könnt ihr danach eigentlich in der Ecke liegen lassen, wenn ihr das einmal kapiert habt. Wenn man es dann wieder aus der Packung holt, weiß man wieder, wie es geht. Richtig. Ja.